Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik und heute schauen wir uns noch mal die drei Rechengesetze an. Drei Rechengesetze. So, die drei, die muss man einfach kennen. Da gibt es überhaupt keine Ausreden und leider passieren da immer wieder viele Fehler, weil ihr braucht sie halt immer und immer und immer wieder. So, als allererstes nennen wir die drei. Danach schauen wir uns sie an. Erstens das Kommutativgesetz. Kommutativgesetz. So, viele Lehrer möchten, dass ihr genau dieses Wort auswendig lernt. Andere, die erlauben euch den deutschen Begriff, das Vertauschungsgesetz. Okay, so, das gucken wir uns gleich als erstes an. Dann gibt es das Verbindungsgesetz und das nennen wir auch das Assoziativgesetz. Assoziativgesetz. Und ich sagte es gerade schon, das ist das Verbindungsgesetz. Also ihr seht, schwierige Wörter, aber gleich in der Anwendung werdet ihr vieles wiedererkennen. Und als drittes und letztes gibt es noch das Distributivgesetz. Distributivgesetz. So viel Zeit muss sein. Und das ist dann das Verteilungsgesetz. Verteilungsgesetz. So, genug aufgeschrieben. Jetzt schauen wir uns sie an. Wir nehmen ganz einfache Beispiele, weil die sind in der Summe total einfach erklärt. Man muss sie halt nur benennen. So, wir beginnen mit dem Kommutativgesetz. Und ihr habt es gerade gehört, wir nennen das das Vertauschungsgesetz. Und das Gesetz ist total einfach. Das sagt nämlich, dass a plus b das gleiche ist wie b plus a. Und das ist alles. Und das ist total logisch. Schauen wir uns das mit einem Beispiel an. Wir können nämlich sagen, dass 7 plus 3 genau das gleiche ist wie 3 plus 7. Klar. Wir können aber auch sagen, dass x plus y plus x das gleiche ist wie x plus y. Und dieses Vertauschen, das nennen wir Kommutativgesetz. Das Ganze kann man natürlich auch mit Multiplikation machen. Wir können sagen, dass a mal b das gleiche ist wie b mal a. Und daraus ergibt sich ja logischerweise, dass eben a b, das ist ja nur die Kurzschreibweise, wenn ich den Punkt nicht mache, das gleiche ist wie b a. Das tritt manchmal bei den binomischen Formeln auf, wo man gar nicht erkennt, dass das das gleiche ist. Und das ist natürlich das gleiche. Genauso wie 3 mal 2 das gleiche ist wie 2 mal 3. Klar. Beides ergibt 6. Und das ist das Kommutativgesetz. Total einfach, oder? Das nächste ist das Assoziativgesetz. Kompliziertes Wort. Dafür ist das Verfahren total einfach. Das ist nämlich, wenn a plus Klammer auf b plus c ist die gleiche Aussage wie Klammer auf a plus b Klammer zu plus c. Weil ihr seht, dadurch, dass wir gleichwertige Rechenoperationen haben, in diesem Fall hier plus 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 plus, ist es total egal, ob wir und wo wir eine Klammer setzen, weil sowieso immer das gleiche rauskommt. Wenn wir das ausprobieren, dann können wir ja sagen, 2 plus 1 plus 3 ist das gleiche wie 2 plus 1, Klammer zu, plus 3. Wir müssen natürlich nach klar, popo, stri zuerst die Klammer ausrechnen. In diesem Fall 4 und dann plus 2 sind 6. Wenn wir das aber umdrehen, dann ist hier in diesem Fall auch wieder zuerst in der Klammer 3 plus 3 ist auch 6. Das heißt also, es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie wir es machen. Und das funktioniert nicht nur für die Addition mit plus, das Ganze funktioniert auch mit der Multiplikation. Weil a mal Klammer auf b mal c das gleiche ist wie Klammer auf a mal b Klammer zu mal c. Schauen wir uns das wieder an. 2 mal Klammer auf 1 mal 3 Klammer zu ist das gleiche wie Klammer auf 2 mal 1 Klammer zu mal 3. Schauen wir, ob das stimmt. Erst die Klammer, das sind 3. 3 mal 2 sind 6. Schauen wir uns das auf dieser Seite an. 1 mal 2 sind 2. Das ist die Klammer. 2 mal 3 sind auch 6. So, und das nennen wir das Assoziativgesetz. Okay, auf zum Letzten. Das Letzte ist das Distributivgesetz. So, und auch das ist überhaupt gar nicht schwer. Das kennt ihr, das machen wir aber ein bisschen anders. Und zwar wisst ihr, dass a Klammer auf b plus c. Also ihr seht, mal und plus gemischt. Nichts anderes ist, und jetzt Achtung, wie a mal b, also ab plus, zweiter Pfeil, a mal c, also ac. So einfach ist das. Schauen wir uns das in Zahlen an, dann könnten wir sagen, und vielleicht mischen wir es bewusst, 2 mal a plus b, also wir lassen es extra bei den Zahlen, dann ist das nichts anderes als erster Bogen. A, also 2 mal a sind dann eben 2a. Das Plus wird aus der Klammer übernommen. Und dann 2 mal b. Und das sind eben 2b. Das Ganze funktioniert natürlich auch nur mit Zahlen. Wenn ich ganz einfach sage, 2 mal 1 plus 3, dann rechne ich im ersten Schritt. 1 mal 2, das sind 2, plus 2 mal 3, das sind 6. Weil die jetzt gleich sind, kann ich die zusammenrechnen und sagen, aha, das sind 8. Hier kann ich die nicht zusammenrechnen, weil es sich hier um die Sorte a und hier um die Sorte b handelt. Okay, haben wir das auch. Und dieses Distributivgesetz, das funktioniert nicht nur mit einer Plusklammer, sondern auch mit einer Minusklammer. Schauen wir uns jetzt an. Also schreiben wir es kurz auf. Distributivgesetz. Und wir können eben auch sagen, dass a mal Klammer auf b minus c das Ergebnis hat. A mal b. Und hier gibt es noch kein Minus. Deswegen ab. Und dann a mal minus c. Also a mal minus c ist dann minus ac. Das ist das Distributivgesetz. Schauen wir uns das wieder mit zwei Beispielen an. Als erstes 2 mal a minus b. Dann ist der erste Rechenschritt 2 mal a. Und 2 mal a sind eben 2 a. Der zweite Rechenschritt ist 2 mal minus b. Und wenn ich nicht nur ein Minus b habe, sondern dann 2, dann sind das eben minus 2b. Und dann bin ich fertig. Schaue ich mir das nur mit Zahlen an. Also nehmen wir 2 mal Klammer auf. 1 minus 3. Dann habe ich wieder zwei Rechenschritte. Erster Schritt. 1 mal 2. 2. So. 1 mal 2 sind 2. Zweiter Rechenschritt. 2 mal minus 3. Das sind also minus 6. Die sind jetzt wieder von der gleichen Sorte. 2 minus 6 ergibt minus 4. Und dann habe ich die Klammer aufgelöst. Das ist das Distributivgesetz. So, ich hoffe, dass euch dieser kleine Überblick hilft. Wir fassen noch mal zusammen. Es gibt drei Rechengesetze. Das Kommutativgesetz, das Assoziationsgesetz und das Distributivgesetz. Merkt euch das. Ich würde euch empfehlen, lernt gleich die richtigen Begriffe. Okay, das war's.